22 Grad haben wir derzeit hier in Braunshausen an der Sommerrodelbahn. Wir sind schon total heiß, zusammen mit ganz vielen Radiosalü-Hörerinnen. Geht's jetzt nach oben, auf den Berg. Dahin ist er, da sind die Rodler. Und jetzt legen wir los. Alle kommen, los! Die Rodler. Die Rodler. So, das war Vettel Feeling Pur, das wir da heute hingelegt haben. Wettermüller, ja, ganz okay. Ihr wart rasend unterwegs. Wie hat's euch gefallen? Einfach super. Mir hat Küber gut gefallen. Ich würd's direkt nochmal machen. Ja, ich würd's auch nochmal tun. Ja, wir werden's nochmal tun, ne? Also, von uns auf jeden Fall einen goldenen Daumen nach oben. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Ihr seid noch da. Hey, klasse! Ja, wir haben auch noch Zeit. Ihr könnt ruhig ein bisschen hierbleiben. Denn da unten ist Facebook zum Einen. Da könnt ihr Gefällt mir klicken. Ja. Und hier ist übrigens YouTube. Da könnt ihr uns abonnieren. Hast du jetzt auf YouTube oder hast du auf Franzi gezeigt? Äh. Da ist YouTube. Da ist Franzi. Auf jeden Fall, ihr wisst was, Marmene. Ja.